Wurde deine Stop Order schon einmal nicht oder zu spät ausgeführt und dann hast du dich über unnötige Verluste geärgert? Vielleicht sind dir einige Details, was Stop Orders angeht, nicht bekannt. Oder wusstest du, wie du die Ausführung von Stop Orders beschleunigen kannst? Darüber sprechen wir jetzt. Hallo liebe Trader, willkommen bei den Börsenstrategen. Hast du dich auch schon mal geärgert, dass deine Stop Order nicht so ausgeführt wurde, wie du dir das vorgestellt hast? Also zu schlecht, zu spät. Du hast deine Stop Order bei 50 in den Markt gelegt, da möchtest du gerne aus der Aktie aussteigen. Der Kurs rutscht aber runter und du wurdest erst bei 49, 48, wo auch immer ausgelöst und hast dich dann über den Verlust geärgert. Kennen wahrscheinlich die meisten Trader, aber es gibt noch viel wichtigere Details, die wir in Bezug auf Stop Orders unbedingt auf dem Schirm haben sollten. Den meisten Tradern ist wahrscheinlich nicht bekannt, dass wir es sehr wohl beeinflussen können, wie schnell unsere Stop Orders ausgelöst werden. Bevor wir auf diesen wenig bekannten Trick zu sprechen kommen, der deutlich die Slippage verringern kann, also den Verlust, der uns entstehen kann bei Stop Orders, zunächst aber zu den Basics der Orderarten. Bevor wir uns also überlegen, was denn dazu geführt haben könnte, warum eine Stop Order nicht oder zu spät ausgelöst wurde, gucken wir uns zunächst die beiden grundsätzlichen Orderarten an. Wir haben auf der einen Seite eben die Limit Order, das bedeutet, ich habe hier einen Kurs, der bei 50 ist, ich will maximal 48 bezahlen, ich möchte hier also in diese Aktie einsteigen. Ja und dann sieht die Order eben wie folgt aus, eine Limit Buy Order. Zahle bis zu 48 Dollar, mehr nicht und dann warte ich eben, bis diese Order ausgeführt wird. Auf der anderen Seite und das sind jetzt die für uns interessanten Orders, das sind eben die Stop Orders. In diesem Beispiel könnte der Kurs aktuell bei 50 sein, ich bin in dieser Aktie schon drin und ich sage, okay, ich möchte verkaufen, wenn der Kurs unter 48 fällt und in dem Fall wäre das eben eine Stop Sell Order bei 48. Rein technisch passiert dann im Hintergrund folgendes, der Broker, der überwacht hier den Kurs, der checkt also den Preis und wenn die Bedingung erfüllt ist, ja, also der Kurs des Basiswertes sinkt eben unter die 48, dann schickt der Broker eine Market Sell Order los und wer jetzt hier aufgepasst hat, der sieht schon, dass hier genau der Hund begraben liegt. Das ist nämlich genau das kleine Problem, denn es ist eben so, dass eine Limit Order schon an der Börse liegt. Da haben wir ganz klar die Anweisungen erteilt, wir wollen zu einem bestimmten Preis und zwar maximal eben zu diesem Preis ausgeführt werden. Bei einer Stop Order ist das andersrum. Da liegt die Order eben nicht an der Börse, sondern bei unserem Broker und der Broker überwacht diese Konditionen. Und wenn diese Kondition erfüllt ist, also diese Bedingung, dass der Kurs eben, in dem Beispiel hatten wir die 48 genannt, die 48 erreicht oder unterschritten werden, erst dann wird eine Order in den Markt gesendet. Und in diesem Beispiel eben keine Limit Order, sondern eine Market Order. Und Market Order, das wird auf Deutsch gerne übersetzt mit Billigst oder Bestens. Das klingt so toll. Allerdings ist es so, eine Market Order heißt nichts anderes als führe diese Order auf, Teufel komm raus, aus. Egal zu welchem Preis. Ja, natürlich zu dem Besten, der gerade noch zu kriegen ist und den wirst du auch bekommen. Aber dieser gerade in dem Moment beste Preis kann eben ein Preis sein, der deutlich schlechter ist als der Preis, den du dir erhofft hattest. Und dieser Fehlbetrag, also dieser Fehlbetrag in der Ausführung, das kann ja eben deutlich weniger als 48 sein, in dem Beispiel von eben, den nennt man eben Slippage. Eine Möglichkeit, die viele Trader wählen, um diese Slippage zu verringern, ist eine sogenannte Stop Limit Order. Und zwar sieht das wie folgt aus. Auch in diesem Beispiel haben wir einen Kurs, der bei 50 ist. Ich möchte verkaufen, wenn der Kurs unter 48 fällt. Aber ich sage dem Broker direkt, bitte schicke keine Market Order ab, sondern schicke, wenn diese Bedingung erfüllt ist, eine Limit Order in den Markt. Und zwar eine Limit Order, die wie folgt aussieht in diesem Beispiel. Ich möchte mindestens 47,60 haben. Der Broker wartet jetzt also, bis der Kurs auf 48 gefallen ist und schickt dann eben keine Market Order los, sondern er schickt jetzt eine Limit Sell Order bei 47,60 los. Was kann jetzt passieren? Wir können natürlich Glück haben und diese Order wird ausgeführt. Aber es passiert natürlich auch, dass der Kurs recht schnell weiterfällt und zwar unter 47,60. Und dann haben wir keine Ausführungen bekommen und somit keine Verlustbegrenzung. Also das, was wir hier eigentlich erreichen wollten mit dieser Stop Order, mit der Stop Limit Order, nämlich nicht nur unseren Verlust zu begrenzen, sondern auch noch möglichst viel zu bekommen, Das ging hier gehörig nach hinten los, weil dann zu diesem Preis eben überhaupt keine Ausführung mehr stattfindet. Ja und das bedeutet, dass die Stop Limit Order in diesem Fall keine Lösung ist, denn in erster Linie geht es uns ja um eine Verlustbegrenzung. Ja, wir wollen keinen zu großen Verlust, aber was ist dann in diesem Fall passiert? Der Kurs rutscht eben weiter. Ja, wir werden nicht zu schlecht ausgeführt, wir werden aber gar nicht ausgeführt und die Verluste können eben weiter anwachsen und das ist ja eben genau das, was wir eigentlich verhindern wollten. Wenn wir uns jetzt die Stop Orders anschauen, dann müssen wir jetzt mal in die Details gucken, denn wir hatten ja eben besprochen, der Broker überwacht diese Bedingung und der Broker, der kann eben festlegen und wir können dem Broker das auch mitteilen, wie wir das gerne hätten, wann er diese Bedingung als erfüllt ansieht. Wie sieht das bei Interactive Brokers aus? Wann wird denn diese Stop Bedingung nach der Logik von Interactive Brokers erfüllt? Der Standard bei Interactive Brokers, das ist der sogenannte Stop Trigger, der ist Default, also per Standardeinstellung wie folgt festgelegt, bei Aktien, bei also Basiswerten, da gilt der Last Preis, der letzte gehandelte Preis, bei Optionen allerdings, da gilt ein Vorgehen, das hier sich nennt Double Bit Ask. Wir schauen uns sofort an, wie das Ganze aussieht, also Last, sehr einfach, der letzte gehandelte Preis, Bit und Ask Preis muss dabei vorhanden sein, also sowohl auf der Geld- als auch auf der Briefseite muss eine Preisstellung stattfinden und dieser Last gehandelte Preis, der muss innerhalb dieser Bit Ask Spanne liegen. Bei der Methode Double Bit Ask, da wird das Ganze schon etwas komplizierter und zwar hier müssen zwei Preise der jeweils ungünstigeren Seite oder der zweite Preis muss in größerer Size vorliegen. Lass uns das direkt an einem Beispiel anschauen, wir haben hier also eine Aktie bei 50, ja das kann auch eine Option sein, also diesen Double Bit Ask, die Methode, die gibt es theoretisch auch bei Aktien, uns geht es ja jetzt hier um die Mechanik, wir haben einen Stop Loss, den wir hier bei 48 wählen und jetzt haben wir hier eben nicht nur die Bit Preise, sondern wir haben auch Ask Preise, ja also so werden ja Aktien und Optionen tatsächlich gepreist, es gibt ja nicht einen Preis, sondern zum Beispiel die 48,10 zu 48,20. Wenn wir also kaufen möchten, dann müssen wir den höheren Preis bezahlen von 48,20, wollen wir verkaufen, dann bekommen wir hier nur 48,10 und jetzt, wenn unser Preis hier eben bei 48 liegt, dann sehen wir, okay welcher Preis ist denn hier jetzt relevant? Sind das die 48 zu 48,10? Nein, nach Double Bit Ask findet hier eben noch keine Ausführung statt. Wenn wir bei 47,90 zu 48 handeln, ja erst dann ist zum ersten Mal die 48 unterschritten, also der ungünstigere Preis für uns und schon bekommen wir ja hier, sollten wir jetzt sofort ausgelöst werden, nur die 47,90, also wir werden nicht durch den tatsächlich relevanten Verkaufspreis ausgelöst, sondern durch die jeweils andere Seite und Double Bit Ask heißt, dass hier der zweite Preis erst gilt, also Check, ja, ein Preis erfüllt, jetzt auch der zweite erfüllt 47,80 zu 47,90, jetzt erst wird dieser Trigger hier nach der Logik Double Bit Ask ausgelöst. Das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber so kann es eben vorkommen und genau so ist es definiert. Es gilt eben erst der zweite Preis, abgebildet über Bit und Ask und der kleine Zusatz war ja noch, entweder der zweite Preis, der deutlich drunter ist oder eben der zweite genannte Preis muss größer sein, also in einer größeren Size gehandelt werden. Und jetzt kann es natürlich in Extremfällen auch vorkommen, dass wir unter eine relevante Schwelle fallen, dass also die erste Auslösung, der erste Trigger schon einmal stattfindet, hier aber in sehr großer Size gehandelt wird und alle weiteren Preise, alle weiteren gehandelten Preise finden in kleinerer Size statt und dann, ja, findet hier Handel statt und wir warten darauf, dass endlich eben auch unser Stop getriggert wird, das ist nicht der Fall und irgendwann gibt es dann eben den Rutsch und wir haben eben genau das, was wir verhindern möchten, eine relativ große Slippage, die wir hier erleiden. Wir haben allerdings bei Interactive Brokers die Möglichkeit, hier Stop-Trigger-Alternativen zu wählen und zwei mögliche Alternativen, die sehen wir hier, das eine ist die sogenannte Mid-Point-Order und das ist nichts anderes als der Mittelpunkt von der Bit- und Ask-Spanne, der hier als Trigger für den Stop-Loss herangezogen wird oder eben auch der Last, also der letzte gehandelte Preis, der in der Bit-Ask-Spanne liegen muss. Unsere bevorzugte Methode, denn im Zweifel wollen wir ja eben unseren Verlust begrenzen, das ist hier der sogenannte Mid-Point, denn dieser Mid-Point, diesen Preis, den gibt es immer, auch wenn überhaupt nichts gehandelt wird, es gibt immer eine Bit- und Ask-Spanne und auch wenn hier Ausreißer stattfinden können, also diese Bit-Ask-Spanne, die kann ja im Zweifel sehr, sehr groß werden, aber diesen Mittelpunkt zwischen Bit- und Ask, den gibt es immer, Ausreißer nach oben und unten, die werden hier herausgeglättet, allerdings muss uns auch bewusst sein, dass dieser Mid-Point, diese Mid-Point-Trigger-Variante sensibler reagiert als der standardmäßig eingestellte Double-Bit-Ask. Der Vorteil dieser Mid-Point-Methode liegt also darin, dass wir hier extreme Ausreißer, die bei schnellen Marktbewegungen eben vorkommen können, dass wir diese hier herausglätten und hier doch näher an der Wahrheit liegen und eben nicht so lange warten müssen, bis unser Stoppreis erreicht und dann eben getriggert ausgelöst wird. Das heißt, wenn du bisher keine gesonderte Einstellung vorgenommen hast und mit dieser Double-Bit-Ask-Methode im Bereich der Optionen eben gelebt hast, dann heißt das, dass deine Stops im Zweifel immer etwas zu spät ausgelöst worden sind. Solltest du jetzt umstellen auf die Mid-Point-Variante, dann wirst du in Zukunft damit rechnen müssen, dass das Ganze etwas reagibler passiert, du also durchaus früher aus den Trades herausgeholt werden könntest. Was dir lieber ist, das musst du natürlich für dich selber entscheiden. Möchtest du lieber einen, ja, robusteren Stop-Loss, der im Zweifel aber zu größeren Verlusten führt oder ist dir die etwas reagiblere, frühzeitigere Auslösung wichtiger, um dann wirklich auch aus den Trades herausgeholt zu werden, wo du nicht mehr drin sein möchtest. Lass uns gerne mal hier unten in den Kommentaren wissen, wie du das Ganze siehst, wie beurteilst du die Situation für dich? Spielst du lieber auf Sicherheit oder bist du bereit, auch zur Not größere Verluste zu akzeptieren und dafür im Trade zu bleiben? Wenn du noch keine Meinung hast, dann schau dich gerne hier weiter auf dem Kanal um, denn wie immer gilt natürlich dranbleiben, schau dich schlau. Bis zum nächsten Mal, deine Börsenstrategen.